Das Linkit-Programm ist ein Projekt, die arbeiten, um bessere Integrationsergebnisse zu bieten für die neuen Flüchtlinge, die aus Libanon und aus der Türkei, Jordanien auch. Wenn ich in meinem Lande bin, habe ich viele Probleme. Ich hatte eine Depression, also ich kann nicht machen. Ich habe meine Eltern, meine Eltern, meine Eltern, meine Eltern, ich habe meine Eltern. Ich habe alles mit dem Menschen, die ich nur auf die Situation und auf die Leben und auf die Freiheit habe. Die Refugee-Console unterstützt mich mit Papier, Passport und Regisseur. Es sind Dinge essentielles. Was habe ich mir gedacht? Ich habe mir gedacht, dass wir nicht wissen, wie wir mit ihnen arbeiten können. Die Jobcenter haben uns unterstützt. Wir haben uns unterstützt, die wir in der Bretagne helfen können. Wir sind in der Bretagne, die wir in der Bretagne leben. Wir haben alles in der Bretagne, in der Bank und in der Bank. Wir haben viele Dinge, die wir uns über die Arbeit haben. Wir haben auch Informationen bekommen von Fahrverkehr, die Sicherung, die Gesundheit. Wenn sie studieren wollen, was das kann. Das ist gut. Wir wissen nicht, wie wir uns kennenlernen können. Wir wissen nicht, wie wir uns kennenlernen. Wir wissen, wie wir uns kennenlernen. Aber wir wissen, wie wir uns kennenlernen. Es sind sehr einfachen Dinge, die ich mitbekommen habe. Zum Beispiel, die Währung, eine Busse, eine Fahrzeuge, eine Fahrzeuge auf der anderen Seite der Straße. Es gibt verschiedene Art von Untergrund. All diese waren sehr schwierig für mich. Die Lebensstelle, die Währung war sehr problematisch für mich. Es ist wichtig, für Leute wie mich, zu machen die Post-Arrival Sessions, weil wir die gleichen Erfahrungen haben. Ich komme aus der gleichen Kultur. Und wir haben die Herausforderungen. Viele von ihnen expressen, dass sie wissen müssen, wie die Gesundheitswährung zu erreichen. Auch die Symptome der Kultur-Schocken. Und viele von ihnen expressen ihre Komforte, dass Syriens mit einem refugee-Background, delivering diese Sessions. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich die neuen Leute zeigen, was ich erlebt habe. Und von meinen Erfahrungen erzählen, dass es was positive und was negative. Wir haben angefangen, zu machen. Wir haben angefangen, zu machen, zu machen. ihre Namen, ihre Hoppe, und ihre Sernamen, mit der Dominante Hand. Und dann, wir fragen, sie zu answerern, drei Fragen, mit der Opposite Hand. Und wir verbinden, die Reaktionen, und die Gefühle, mit der Kultur-Schocken und der Kultur-Schocken, als sie, zu einem anderen Ort. Ich bin ein Refuge myself. Und ich bin able, zu share, diese Erfahrung mit fellow Syriens, ich denke, hat viele Vorteile. Es ist auch eine sehr positive Erfahrung. Es ist schwierig, für jemanden, zu einem neuen Land, zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen. zu lernen, 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 Die Technikindustrie, was die Einwohner will, die die Skills haben, die man gewinnen, zu lernen, zu lernen, zu lernen, mit jemandem. Wenn Sie das zeigen, dann viele Employer will öffnen die Doors, und sie willkommen. Das ist das, was sie wollen. Sie wollen Creators. Das ist das, was wir helfen, zu bekommen, durch CodeioFuture. Die wichtigste Skills von CodeioFuture ist, zu arbeiten, in einem Team-Embrieren. Wir versuchen, zu verstehen, zu lernen, zu lernen. Ich denke, in Software Development, und Coding, ein sehr starkes Weg zu ändern, für einen Weg zu ändern. Because, dann kann sie dann ein Fulfilliger und Thriving career in ihrer Lebens. Es war wichtig, für mich, zu arbeiten, ION project because it was my first real project and I was so happy to work on a project that will help refugees to find a job for themselves. They were not just developing a tool, they were developing a tool for people like them or people that were in their personal circumstances. You know, they would say in themselves, I wish I would have had this tool before arriving to this country. So they were pouring all their passion to make sure that he was, you know, reaching the level that was expected. In the first version of the tool, we had three graduates, Amir, Rush and Prabesh. And the three of them now have found full-time employment in three different companies. They're not even junior developers, so they were hired as above junior, so already sort of like at mid-level. I mean, first I was born and then I had a job, and then I had a lot of work for all I wanted. At first I was learning the language and then I was working for all I wanted to. Es ist ein Teil meiner Identität, ich fühle mich, dass ich in der UK integrierte bin. Untertitelung des ZDF, 2020